Was ist noch da? Ich hab beide, Server ist leer. Nee, Server ist doch nicht leer, das sind doch die mit der anderen Bounty. Ah stimmt, okay, dann sind das die einzigen die noch leben. Ich hab hier vier Leichen, fünf, sechs, sieben mit dir, acht mit mir, zwei die anderen, okay. Oh, der ist wieder hochgeholt worden, den Typen, dem ich da einen Headshot gegeben habe. Gleich mal reingespawned, Clickplay und einen Knie macht. Der arme Boy hatte aber auch leider einen Handcross und ich hatte eine Pistole. Ah, da haben wir doch als Backup Officer Brawler, also ich ne Officer Brawler und ne Driver. Sehr schön. Mal Google Übersetzer, wenn man da Lamber eingibt, dann steht das als deutsche Übersetzer am Holz. Warte, 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 warte. Sogar zwei Spieler, ich krieg die Krise echt. Das sind die beiden Bounty Penner. Ja, die wir nicht abpassen wollen. Na ja, die pushen mich hier eher so wie es aussieht. Oh, da kommt doch einer. Jawohl, erwischt. Ha. Sauber, womit? Rival. Der war grad mit dem Zombie beschäftigt, hab ich ihn gerusht. Er hat auch geschossen, er hat mir auch fast mein gesamtes Leben abgezogen. Aber ich schware schneller. Oh, Uppercut, nice. Na ja, wobei, Officer... Ah, Officer oder Uppercut, ne, Uppercut. Vorall B empfiehlt, Uppercut. Für die gepflegte Zahn- und Mundhygiene. Ah, zwei Kills, aber auch erst zwei Kills. So, bitte. Headshot. Nice. Jetzt brauche ich etwas Konzentration. Noch nicht. Wellspring ist jetzt bei Windy Run. In der Scheune drin. Oh n yeah. Kann ich das? Oh, ist das ein Spann. Ja, der Multi-D ist jetzt fertig hier Ja, 5 Minuten, so bin ich da Noch ein Kill gemacht, aber nicht der Wildspring Typ Bist du tot, oder? Nein, nein, nein Die Apaka ist einfach die allergeilste Waffe in diesem Spiel Ich gebe in letzter Zeit nur noch Hitshots mit der, das ist... Warte, warte Oh, der ist halt ganz hinten, ey Fuck Hitsch Hitsch Ich bin dann aber ne Weile der Maul. Hast du den Rails-Branken? Natürlich. Oh fuck. Warte, warte, warte. Vor allem ja natürlich. Noch einen Last Survivor. Das waren jetzt 5 Kills. Boah, da hast du aber aufgedreht, hör mal. Geiler Scheiß. Das sind die besten Runden.